In unserem chaotischen Zustand nach bestimmter Zeit, Zeit der Situation, wenn Designers siegeln wird, also dann ist siegeln, der drast alle seine Gedanken, alle seine Ideen fangen an sich zu ordnen. Das sehen wir auch gerade bei dieser wunderschönen Kultur, dass sie tatsächlich so schnell meine Linie anbietet. Nach bestimmter Zeit wird es auch ein langes Raum sein. Tatsächlich, wenn man sich vorstellt, so wie es ist, plötzlich aus Millionen und Tausenden, und dann gibt es die Gedanken, bekommt er tatsächlich eine freie Frage. Soll er das tatsächlich fixieren, also das einfach nur aufschreiben, so fixieren oder sonstiges, weil sonst wird er sich um, spricht mit ihr, mit ihr, mit ihr, mit ihr, mit ihr. Und dann weiß er gar nicht, von jeder Atem in der Folge. Also das passiert so zu einem Flow. Also das bekommen wir auch immer wieder in unserem Mindset, wir konserviert tatsächlich auch über eine bestimmte Gedanken, und dann sind wir wieder in so einem hauptischen Verstand. Es läuft immer wieder ohne Ende, von einem zu dem anderen. Kinetische Formen, insgesamt eine Interessante mit viel Zeitung. Und alle diese Gruppen sind mit einer Frau, der kalt ist, Frau, der Hand, 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 Vielen Dank.